So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, ich begrüße dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast zu der Spiegellegung. Ja, mein meistgebuchtes Reading für persönliche Legungen, die Spiegellegung. Ja, das hat natürlich auch seinen Grund. Na, der Grund dafür ist, dass man einfach schaut, du und dein Gegenüber, was ist bei dir los, was ist bei ihm los? Gibt es da Unterschiede? Gibt es da was zu tun? Kannst du überhaupt noch etwas machen? Oder was gilt es da an Stellschrauben zu stellen? Na, wo ist der Sand im Getriebe? Sehr interessant. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und ich gebe einen Gewinner bekannt. So, habe ich gesagt, gestern in dem Reading will er nur das eine oder auch das andere. Wenn die Lilien fallen, dann verlose ich einen Artikel aus meinem Shop. Wir werden jetzt mal schauen. Die, die kommentiert haben, sind natürlich in meiner Müsli-Schüssel drin. Na, und wir schauen mal in die Lilien-Müsli-Schüssel hinein. Wer ist denn da so am Start? Wir wollen mal gucken. Du kannst dir aussuchen, was du möchtest. Liebe Petra Schuster. Also hier, herzlichen Glückwunsch. Du bist die Lilien-Gewinnerin, wenn man so möchte. Ich lege dich gleich mal mit dir raus. Also melde dich gerne bei mir. Meine Nummer ist ja immer unten in der Infobox. Na, suchst du dir was aus dem Shop aus, sagst mir, was du möchtest. Dann lasse ich dir das natürlich zukommen. Und, ihr wisst ja, ihr seht es mir ja auch immer gerne nach. Mische ich ja sonst immer im Video. Aber bei der Spiegelligung, da mische ich vorher. Na, da mische ich und lege das hin, weil sonst bin ich hier ewig damit beschäftigt, bis mein kleiner Monk zufrieden ist und alles gerade da liegt. Und das möchte ich euch eigentlich auch ersparen. Deswegen habe ich es schon ausgelegt. Und, oh Wunder, da ist eine Karte dabei, die einem manchen vielleicht mittlerweile bekannt vorkommt. Ich sage schon gar nichts mehr. Oh, der Akku ist leer. Na, da muss ich mir schnell einen holen. Das kommt davon, wenn man so dumm ist, die Kamera auszuschalten. Momentchen. Ich bin gleich zurückgeführt. So, Patrick, du kleiner Dummpatz. Ja, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, hat meine Mutter schon immer zu mir gesagt. Wir sehen ein völlig grubes Kartenbild. So, okay. Naja, das schaut ja schon mal ganz gut aus, meine Lieben. Wir wollen mal reinschauen, jetzt aktuell in der Energie, natürlich Kollektivenergie. Du und dein Gegenüber, was gibt es denn da momentan für Energien, für ein Orakel? Was haben wir denn da bekommen? Und wir schauen mal, was wir sehen. Denn es ist immer sehr, sehr interessant zu sehen, was denn bei dir los ist, was bei ihm los ist. Ist der Ehob von Malz verloren? Oder kann man da noch was retten? Kann man was tun? Sollte man etwas sein lassen? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich erkläre es nochmal kurz für die, die es tatsächlich noch nicht gesehen haben. Wir haben ja hier deine Seite. Hier, das ist die Seite des Mannes. Ja, das rechts und links der Legungen, das sind die Unterseiten der Kartentext nach dem Mischen. Mit jeweils ja einer Klärungskarte aus dem Tarot dazu, dass man mal guckt, was ist denn da so zu sehen in Bezug auf die Hauptenergie. Ja, so. Hier oben, das ist dann die Gedankenebene. Na, was denkst du? Was denkt er? Was fühlst du? Was fühlt er? Die Herzebene. Und hier unten haben wir jetzt dann die Tendenzen für die nächste Zeit. Kann man da schon mal was sehen, was man tun kann oder nicht? Ja. Und wir schauen mal rein. Ja, bei dir an der Hauptenergie, da sind die Münzen gefallen. Die Münzen, das ist natürlich erstmal die Geldkarte, ja. Aber auch natürlich eine Karte für viel und für Fülle. Okay, also von irgendwas gibt es da gerade viel. Und ja, als Klärungskarte, wenn man da reinschaut, die fünf Kelche, ja, Trauereinsamkeit, Enttäuschung. Ja, also ich sehe schon, da ist irgendwie, ja, große Enttäuschung da, große Traurigkeit da, dass da irgendwie die Dinge nicht vorangehen, dass es ins Stocken gerät oder dass man auch von ihm vielleicht gar nichts hört aktuell. Na, also ich sehe schon hier, die Enttäuschung ist groß bei dir an deiner Hauptenergie in Bezug auf deinen Wunschpartner. Na, wann geht es weiter, wann geht es los, was kann ich tun, was kann ich machen, na, was ist los mit ihm. Ja, und dann schauen wir mal bei ihm an der Hauptenergie. Ja, da bist jetzt du aufgetaucht an der Unterseite des Decks nach dem Mischen. Ähm, es geht schon scheinbar irgendwie um dich, also ganz vergessen hat er dich wohl nicht. Na, das ist schon mal schön zu sehen. Ähm, denn wir haben hier auch nochmal als Klärungskarte, ja, das sind die sieben Münzen. Bei den sieben Münzen, ja, da geht es darum, geduldig zu sein, abzuwarten. Na, also er ist da, glaube ich, gerade eher so in der zurückhaltenden Rolle, ne, stürmt jetzt nicht gleich mit Liebesbekundungen auf dich zu, sondern ich sehe schon, das ist so ein bisschen eine, ich ziehe mich mal zurückkombination, ne. Ist auch, ja, die sieben Münzen, da hat schon einer Geduld, ne. Der hat jetzt nicht die größte Eile, du siehst ja, er schaut auf den Münzenbaum, wenn du mal weißt, wo ich einen Münzenbaum herkriege, sag mir gerne Bescheid, schreib es mir in die Kommentare, kaufe ich mir und lass dann hier, einen Münzenbusch wachsen. Also, ja, er hat da Geduld, er hat jetzt keine Eile, mag wohl auch damit zu tun haben, wenn dein Wunschpartner gerade im Rückzug ist oder in der Trennung, dass er vielleicht sagt, okay, brauche ich jetzt erstmal meine Ruhe oder ich muss mir erstmal in mich gehen oder Dinge in mir riegeln und klären, ne. Also in diesem Orakel sehe ich schon, bei dir ist die Enttäuschung groß, bei ihm sagt er, ja, wenn es um dich geht, bin ich gerade mal geduldig, ich habe vielleicht selbst Dinge zu regeln, in mir selbst, mit mir selbst, mal schauen, wo es dann lang geht, ne, weil ich sehe schon auch bei dir in der Gedankenebene, wenn man da reinschaut, die Mühle, der Salon und das Kind. So, die Mühle, schwere Arbeit, na, da geht schon was voran, aber ich nehme da jetzt wirklich so, ja, das Kopfradern war bei dir, ne, da dreht sich hier oben der Egon vielleicht sogar im Kreis, denk, denk, denk. Na, es geht natürlich ums Zusammenkommen, dafür steht ja Salon, ist ja die Karte dafür, dass man zusammenkommt. Zusammenkommt und um das Kind den Neubeginn, ja, also hier in deinem Kopf kann ich es schon sehen, Enttäuschung ist groß und es tut, du tust dir wirklich schwer in der Zeit zu warten und zu hoffen, dass was passiert in Bezug auf Zusammenkommen und den Neubeginn. Das ist das klassische Kopfkino, was wir da haben, ja. Ich denke und denke und denke und denke und es rattert und rattert und rattert und man malt sich tausend Szenarien aus, wie, wo, was, wann sein könnte. Also du lebst gar nicht mehr im Jetzt, sondern du lebst immer nur in dem, was denn kommen soll, na, und da fühlt man sich ja von Haus aus schon nicht gut, na, also immer auch mal schauen, wenn es dir gerade nicht gut geht in Bezug auf die Liebe, immer mal, immer aufpassen, immer mal, immer aufpassen, dass du im Jetzt bist, im Hier und im Jetzt lebst und nicht in dem, was sein soll, was kommen könnte, was gerne passieren soll oder hoffentlich was nicht passiert, immer dich mal wieder selber abholen und ich sage es ja auch immer wieder, wenn es dir nicht gut geht, du hast Fragen, Schwierigkeiten, Probleme, Themen in der Liebe mit dem Ex, Trennung, Rückzug, Streit, Betrug, melde dich bei mir, bitte ich helfe dir. Na, dann machen wir ein Reading, wir schauen deine Energien an, du bekommst Impulse von mir, kommst auch Hinweise als Mann von mir zu dem Thema, ja, weil Männer denken ja auch immer mal anders als Frauen, na, helfe ich dir vielleicht auch, den Mann zu verstehen, na, also da, wenn es dir nicht gut geht, leide nicht, melde dich bei mir, na, meine Nummer ist ja immer unten in der Infobox und dieser gute Mann, den wir hier haben, der hat jetzt erstmal nicht nur die Ruhe weg, sondern im Kopf hat er irgendwie gerade das Gefühl, dass er mal wieder zu Kräften kommen muss, denn in dieser Beziehung mit dir scheint was falsch zu laufen oder es ist schon was falsch gelaufen, ja, der Ring, Partner, Partnerschaft, ja, der Fuchs schaut drauf, gut, der Fuchs, der steht auch für Betrug, Betrug, na, da unten liegt ja eine andere Frau oder der lange Weg, das schauen wir uns gleich noch an, Betrug, Lug, Hinterlistigkeit, Falschheit, ähm, aber der Fuchs auch, ja, so eine Karte, wo ich sehe, da ist, da läuft gerade sowieso irgendwas falsch, na, und es geht um seine Kraft, um seine Stärke, ähm, der Bär, ja, das ist auch der andere Mann, also ich glaube jetzt nicht, dass du ihn betrogen hast, na, aber der Bär, Kraft, Stärke und da läuft gerade irgendwas falsch in Bezug auf eure Partnerschaft, daher kann ich mir schon vorstellen, okay, hier in Bezug auf dich hat er gerade die Ruhe weg, auch wenn bei dir die Enttäuschung groß ist, na, ja, in der Herzebene, man hat es schon gesehen, da ist ja meine Lieblingskarte gefallen, die Lilien, bei dir in der Herzebene, ja, die Liebe, die Landkarte, die Lilien, gut, Lilien, Liebe, dann haben wir eigentlich das Paket komplett, wenn es um Partnerschaften geht, Sexsinnlichkeit, Romantik, Schönheit, Wachstum, Liebe, alles da und die Landkarte mit dem Ziel da drin, das heißt also, dein Herz hat auf jeden Fall ein Ziel, na, es soll Richtung Liebe und Partnerschaft gehen, na, also ganz klar ausgedrückt, da gibt es gar nicht viel mehr dazu zu sagen, du hast absolut ein Ziel, wo du hin willst, wo dein Herz hin möchte, wo es dein Herz hinzieht, wohingegen er, ja, in Bezug auf eine feste Partnerschaft, das haben wir ja hier schon gesehen, auch im Herzen, ja, da ist viel Unklarheit zu sehen, da ist der Klee gefallen, ist ja auch gerne mal das kleine Glück, eine Chance, ein kleines Glück, ja, in Bezug auf den Anker auch, der ja da die Sicherheit ist, die Stabilität, der Halt, das Wachstum, na, also er ist sich im Herzen gerade nicht so sicher, wo die Reise hingeht, es geht aber schon um die Sicherheit einer Partnerschaft, in seinen Gedanken läuft es gerade nicht so richtig, wenn es darum geht, in die Partnerschaft zu gehen, na, da muss er wahrscheinlich erst mal wieder zu Kräften kommen, warum auch immer, kann ja hier in der Kollektivlegung alles Mögliche sein, aber er hat hier schon die Ruhe weg auch, na, er gönnt sie sich vielleicht auch, na, ja, das ist eine interessante Legung bis jetzt, wo ich dir sagen kann, du weißt, was du willst, es geht dir nicht schnell genug, du, die Enttäuschung ist groß, dass gerade nichts passiert, er hat die Ruhe weg, ist sich nicht so sicher, braucht vielleicht auch hier seine Zeit, dumme Situation, aber wir wollen mal schauen, was die Tendenzen so sagen, ähm, denn bei ihm, ja, da ist der Neubeginn, der Park und die Schlange gefallen, ähm, wenn ich jetzt hier, sagt er, das Kind ist ja die Karte für den Neubeginn, ja, und der Park ist die Karte für eine offizielle Partnerschaft, na, ähm, dass das auch noch eine Zeit lang dauern wird, na, ich kann dir jetzt hier nicht sagen, dass der nie wieder kommt, also erscheint, aber, äh, das wird schon etwas dauern, denn die Schlange ist auch gerne mal der lange Weg, na, also wir haben ja gesehen, sehr, sehr durcheinander, sehr, sehr durch den Wind, sehr, sehr geduldig mit sich selbst und der Situation, aber wir haben hier unten den Neubeginn, die offizielle Partnerschaft und die Schlange, gut, dass das eben ein bisschen dauern kann, na, Schlange, natürlich auch Komplikationen, Umwege, andere Frau und so weiter, aber ich nehme hier schon, ähm, einen langen Weg wahr, bis das hier eintreten darf, na. Ja, ja, bei dir in den Tendenzen, diese Unruhe, die da noch ist, na, das mag wohl aus dieser Enttäuschung sein, aus dem das nichts vorangeht sein, deine Erwartungen werden jetzt erstmal nicht so wirklich erfüllt, ist Unruhe, Nervosität, Aufregung, ähm, und diese Partnerschaft mit ihm, die hier liegt, ja, da liegt auch noch das Buch, das ist das Geheimnis, also man, vielleicht reichen die Energien, die ich hier sehe, nicht so weit in die Zukunft rein, ihr wisst ja, ein Kartenleger ist ja kein Hellseher, die Energien, die ich reinkriege, die haben halt ihre Gültigkeit eine Zeit lang und dann wird eben alles schwammig, daher das Buch, das Geheimnis, man weiß es nicht so genau, aber hier liegt die Partnerschaft, hier liegt der Neubeginn und das draußen der Park, somit kann ich hier vorsichtig positive Tendenzen aussprechen, zumindest mal so, ja, und dir sagen, ja, wirf's vielleicht nicht alles hin, ähm, mach den Trick, den ich immer mal wieder sage, setz dir einen Zeitrahmen, ja, ähm, sage, okay, alles klar, ich warte jetzt noch bis, keine Ahnung, Ostern, ja, und wenn sich dann nichts getan hat, dann lasse ich es los, das ist, da setzt du dich selber unter Druck, gibst dir ein Zeitlimit vor, dass du nicht nächstes Weihnachten noch wartest, sondern sag, okay, das ist der Stiftag, vielleicht hast du ein besonderes Datum, das dir sehr, sehr wichtig ist und dann schaust du noch mal auf diese Partnerschaft drauf oder diese potenzielle und wenn sich nichts in die richtige Richtung verändert hat, dann darfst du das loslassen, also warte nie so lange auf einen Menschen, auf einen Mann und der Mann warte nie so lange auf eine Frau, entweder funktioniert es relativ zügig oder nicht, bisschen warten, okay, aber viel zu lange warten, nicht, das ist mein Wort zum Donnerstag, na, heute ist ja Mittwoch, ja genau, Wort zum Sonntag wird ja auch am Samstag gesprochen und mit diesen Worten, ja, entlasse ich euch jetzt mit diesem Reading, also vorsichtig, positiv, was auch immer mit diesem Mann passiert ist, das ist natürlich in der Kollektivpflegung, so ein Orakel immer recht allgemein, das heißt, wenn du es mal genau wissen willst für dich, wie gesagt, dann melde dich gerne bei mir, ich schicke dir ganz viel Licht und Liebe, herzlichen Glückwunsch, liebe Petra und wir sehen uns dann beim nächsten Video, Servus!